Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolop und Gerst. Heute gibt es ein Bildbearbeitungsvideo und zwar mit Luminar. Luminar, das hatten wir ja anfänglich als Plugin für Photoshop und Lightroom in Verwendung. Zwischenzeitlich habe ich auch öfters mal das als Vollversion offen und heute möchte ich eine der besonderen Funktionen von Luminar vorstellen. Ich möchte aber vorweg Hashtag Transparenz ganz klipp und klar auf das Schild hinter mir hinweisen, denn wir haben hier ein Sponsored by Luminar Video. Aber lasst uns direkt loslegen mit einer Sache und zwar ist es eine der, ja ich würde sagen, Unique Selling Properties, USPs glaube ich nennt man das, nämlich das Sky Replacement Tool. Das bedeutet, ich kann hier mit Luminar in Bilder reingehen und einfach Himmel hinzufügen. Ich habe mir jetzt hier mal eine kleine Auswahl an Fotos geöffnet, wo man hier sieht, dass der Himmel eher etwas trostlos ist. Ich nehme mal das Bild aus Neuseeland, gehe in den Bearbeitungsmodus und kann dann direkt loslegen. Und bei mir bzw. bei Luminar 4 befindet sich der Sky Replacement Filter, AI Sky Replacement Filter. AI heißt ganz viel bei Luminar, heißt natürlich Artificial Intelligence. Ich glaube, dass man aber trotzdem noch ein bisschen was machen muss. Also die Intelligence da oben, die braucht trotzdem noch ein bisschen arbeiten. Aber unter den Kreativfiltern findet sich das. Also hier außen im zweiten Reiter von oben. Das ist also nicht das Wesentliche, sondern das Kreative. Und dort kann ich beim AI Sky Replacement Filter einfach einen jeweiligen Himmel wählen. Ich kann mich durchklicken und so im Endeffekt den Himmel finden, den ich möchte und der mir natürlich am meisten passt. Da muss man dann ein paar Sachen anpassen. Also das finde ich natürlich jetzt schon einen schönen Himmel. Das wäre toll, wenn man so einen Himmel zur Zeit der Fotografie gehabt hätte. Und jetzt kommt eben noch die Arbeit, gerade mit den erweiterten Einstellungen, die ich als Fotograf machen muss. Erstmal gilt es das Himmel verblenden. Das heißt also, je weniger oder mehr ich mache, umso dezenter wird dann der Himmelhorizont verblendet. Also in dem Fall sieht man es jetzt wahrscheinlich links außen am Bildrand am besten, weil die Berge einfach so hoch sind. Aber das ist so, das ist halt sowas ganz Natürliches beim Himmel, dass der einfach nach hinten immer ein bisschen schwächer wird. Jetzt kann ich natürlich den Position, den Himmel, die Himmelposition verändern hier. Ich kann den hoch und runter fahren. Ich würde allerdings schon gerne so ein bisschen den Horizont sehen. Also ein bisschen nach oben vielleicht fahren. Und jetzt kann ich die Gesamtszene reliten. Das mag ich ehrlich gesagt eher weniger, weil er im Endeffekt das gesamte Bild bearbeitet. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber ich fahre meistens den Reliter, also der Szene, diese Gesamtbearbeitung tendenziell eher runter. Was für mich am meisten wichtig ist, sind die unteren Dreien der atmosphärischen Nebel, die Himmelstemperatur und die Himmelsbelichtung. Weil wie man sieht, ist die Himmelstemperatur jetzt einfach noch nicht ganz auf das Bild angepasst. Und ich brauche noch so ein bisschen einen kleinen Tune. Genauso wie die Himmelsbelichtung. Die passt einfach noch nicht. Die ist noch zu dunkel. Die passt noch nicht zum Gesamtbild. Und ich will es ein bisschen schwächer machen. Also ein bisschen weniger kontrastreich. Und da nehme ich einfach diesen atmosphärischen Nebel mit rein. Tendenziell bin ich jemand, der immer gerne ein bisschen zu viel davon macht. Weil gerade wenn man solche Sachen wie einen komplett neuen Himmel einfügen, ja, vollbringt, dann ist es besser, man geht ein bisschen dezenter vor. Aber auch hier hätte ich jetzt schon innerhalb von wenigen Sekunden ein wirklich solides Ergebnis, was mich richtig flasht. Ja, Himmel kann man übrigens auch noch flippen. Ja, das ist auch ganz wichtig manchmal, denn das Licht kommt ja auch aus einer gewissen Richtung. Ich habe hier ein anderes Bild, wo ich einfach mal zeigen möchte, wie gut dieses Tool funktioniert. Und dafür habe ich mir hier diese Waldaufnahme genommen. Die kommt aus den Kanaren. Jetzt versuche ich hier auch einfach mal so ein Blue Sky reinzubekommen. Okay, das war jetzt keine richtigen Wolken. Ich will ein bisschen mehr Wolken. Das passt eigentlich schon relativ gut zu diesem Bild. Oh, das ist ja perfekt. Auch hier wieder ein bisschen atmosphärischer Nebel. Und die Himmelsbelichtung, die muss so ein bisschen aufs Bild passen. Die ist noch zu dunkel. Ich fahre die hoch. Ja, so ein bisschen Wärme machen. Und das ist halt, das ist halt wirklich abgefahren, dass man innerhalb von wenigen Sekunden Ergebnisse erzielt. Und wir können auch gerne einfach mal ran klicken und ran zoomen, die wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich sind. Aufgenommen übrigens mit einer Panasonic, also nur 20 Megapixel. Aber das, was hier diese AI macht, nämlich das Überblenden, das ist wirklich einzigartig. Also das ist, das ist, dafür muss man in Photoshop schon ein bisschen schuften, um das hinzubekommen. Also auch hier funktioniert es richtig, richtig dolle. Und so kann man ganz kurz und knackig vielen Bildern einfach total viel mehr Leben geben. Ich finde, es wird dann schwierig, wenn man so ganz besondere Lichtzustimmungen hat, dann muss man im Endeffekt sehr passende Himmel eigentlich haben. Und, ähm, am einfachsten ist es so diese, diese langweiligen Mittagsaufnahmen. Ja, gut. Ähm, zack. 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 Fertig. Diese langweiligen, ähm, Mittagsbilder zur Mittagszeit. Also man sieht hier auch gerade, das ist jetzt eine Aufnahme auf Namibia, wo, wenn die Sonne so richtig von oben herab schießt. Wenn man sowas hat und, ähm, man verändert dann sowas, äh, mit, mit, mit diesen Himmel-Einfügen-Varianten, auch das hier wieder. Es gibt ganz oft so diese schleirigen Wolken, ähm, Himmelsbelichtung, Himmelzzeparatur. Ja, was soll man da sagen? Das ist irgendwie, es ist schon fast, äh, Position vom Himmel noch ein bisschen höher. Ja, das ist ein bisschen zu hoch geworden. Ja gut, es hat am besten gepasst, als es automatisch gemacht hat. Ja, ähm, das ist einfach ein unfassbar tolles Tool und worauf ich am Ende noch hinaus, äh, hinaufweisen möchte oder drauf hinausweisen, drauf hinweisen möchte. Man kann sich hier benutzerdefinierte Himmelsbilder laden. Das ist also, ähm, eine, eine, eine Möglichkeit, eigene Bilder reinzubekommen. Und was man auch noch, ähm, betonen muss, ist, man kann auch neue Himmelsvorlagen sich direkt bei, ähm, Luminar und Skylum eben dann im Marketplace holen. Das habe ich jetzt selber noch nicht gemacht, aber, ähm, ich, ich bin oft dabei, dass ich irgendwo, wenn ich bin und ich habe einen ganz besonderen Himmel, einfach nur mal weitwinklig in den Himmel fotografiere. Und da ist auch der Tipp von mir, man sollte sich so ein bisschen auf seine Kernbrennweiten beschränken. Ich weiß zum Beispiel, ich fotografiere sehr viel mit 24 und dann irgendwie so bei 14, 15 Millimeter rum. Ähm, das sind so meine Landschaftsaufnahme, objektiv Brennweiten, 24, wenn ich 24, 70 dabei habe, oder halt ein Ultraweitwinkel mit 14, 15 Millimeter. Und da bin ich ganz oft, dass ich wirklich einfach Himmel fotografiere. Immer, wenn ich irgendwo bin, am Meer, eignet sich das übrigens am besten, weil man da, ähm, keine Berge davor hat, die den Horizont, ähm, kaputt machen. Da kann man dann einfach Himmel fotografieren. Irgendwann steht man da und fotografiert Himmel. Die Frau fragt ein, was machst du? Und ich sage, ich mache ein Himmelfoto für meine Sammlung. Und dann denkt die Frau, hm, lass ihn mal, der Ehemann, der fotografiert wieder Himmel. Also, richtig, richtig schön. Ähm, natürlich geht es auch mit Photoshop und Co. Aber so einfach, so simple und so strukturiert erklärt, ähm, aufbebildert mit so sechs, sieben Reglern, kenne ich keine andere Option. In diesem Sinne, viel Spaß beim Bildbearbeiten. Damit kann man sehr vielen Bildern einen ganz besonderen Touch geben. Bis zum nächsten Mal.